Tschüss und herzlich willkommen. Am Mittwoch werden wir im Saturn am Alexanderplatz eine Serienierstunde der Tube Clash Blu-Ray und DVD geben von 14 bis ca. 17, 18 Uhr. Alle Leute, die da hinkommen, können sich die Blu-Ray und DVD schon zwei Tage vor Release kaufen und jeder, der das macht, bekommt ein DIN A1 Riesenposter mit Auge und Auge dazu. Yeah! Wir beide werden da sein und das war's. Vorher wird es die Blu-Ray und die DVD geben, allerdings nicht die Tube Clash Box. Sie gibt es ja exklusiv auf Amazon. Davon ist auch der Großteil schon vergriffen, also wenn ihr die noch haben wollt, beeilt euch. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch. Tschüss!